Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem weiteren MV3 Live Commentary Herrschaft auf Bootleg. Eigentlich haben wir mal eine geile Lobby gefunden. So, Bodenkrieg ist angesagt, zusammen mit dem Nils. Yeah, und mal wieder mit Anton. Genau, 9, 8, 7, 6. Ey, bist du gut drauf? Bist du gut drauf? So, ja, ja. P90 am Start. Bootleg. Alle haben eine Vorbar. Perfekt, Alter. Jetzt beste Voraussetzungen, Mann. So. Ich lauf sofort hier rechts. Komm. Nice. Oha. Gib ihn. Ich schau hier rechts. Da hinten spawnen sie sofort. Oh Gott. Mein Aiming, mein Aiming. Oh, der Gegner kann auch nicht aimen, zum Glück. So. Wollen wir B schon mal sichern oder erst mal freilassen? Oh, fuck, da ist einer. Oh, Glück gehabt. Da hinten sind welche gespawnt. Ich hab Angst, die könnten schon überall kommen, gerade am Anfang der Runde immer so. So, jetzt mal kurz chillen. Ich bin schon kurz vor Spezi. Ich auch, bin einen vor Spezi. Oh mein Gott, ich hab Spezi. Ich warte jetzt hier auf den. Komm doch. Die sind hier links. So, den hab ich ge... Ah, Spezi. Da ist ein Gegner. Hast du auch Spezi? Jo, jo. Ein weiterer Spezi. Läuft bei uns. Ey, der hat es sehr ehrlich, muss ich aufheben. Okay, die spawnen bei C. Nein. Er snipet, der Bastard. Oh, gut. Hast mich gerettet. Na, Digga. Danke, Bro. Nein, er snipet mich. Ich wusste es. Fuck, Alter. Aber die Lobby ist geil, Mann. Läuft, da geht was. Auf jeden Fall. Ich wusste, dass ich gesnipet werde, Alter. Das war schon davor. Ihr wird's knapp die ganze Zeit. Okay. Soll ich den A sichern? Nee, scheiß drauf. Oder egal. Hinter mir. Mein Gott. Pass auf, pass auf. Oh, er ist tot. Ich hab, ich hab einen geholt. Oh, fuck. Weg, renn. Ja, er snipet mich wieder. Du hast 16-0, Digga. Pass auf. Ich spiel jetzt sicher lieber. Ist für sicher, Mann. Ich bin überdrum gerannt. Er snipet mich wieder, obwohl er den Teammate snipen. Alter, was ist hier los? Drei... Okay, ich halte meine Fresse. Du bist kurz vor. Nein, nicht ruhig. Ganz viel Gefühl machen wir hier, Digga. Was? Oh mein Gott, er ist hinter mir. Oh, ich wurde mal nicht gesnipet, ausnahmsweise. Geil. Ist doch nice. Ich spiel übrigens mit doppelter Doppel-EP. Also kann's nur was werden. Okay. Die spawnen alle bei A. Ich hab Angst, Mann. MW3 können die überall spawnen. Ja, ist so. Ich vereime aber irgendwie die ganze Zeit. Okay, jetzt spiel ich vorsichtig. Jetzt spiel ich vorsichtig. Oh, fuck. Ich bin fast tot. Komm, YOLO. Ich hab immer das Gefühl, die Komponenten. Komm, sichern wir mal A mit. So, ich bin jetzt wieder kurz vor Spezi. Oh, der Typ hat Kitsch da. Ich laufe da lieber nicht lang. Oh, fuck. Nein, ich bleib hängen. Oh, Gott. Äh, wo sind die? Okay, wie viel hast du? 22,0, Digga. Ein Kill noch, Mann. Wo sind die? Ich hab keine Hardliner, Pro. Oh, fuck. Ja, okay. Dann zwei Kill's noch. Hätt Glück einfach. Oh, da würde ich nicht... Ah, okay. Ich sag nichts. Hast du Moab? Ah, ah. Oh, oh. Eins vor. Ah, ah. Er schreibt mir, ein netter Hack. Yeah, der Boss. Nice. Ja, fuck. Ich bin so blöd, alter. Nach Moab ist immer so, dass du das Gefühl hast, du loswaschen. Und jetzt sterb ich durch den Autor, alter. Ist egal, Digga. Du hast über zu lange Zeit mit Double. Komm schon. Alter, Junge. Ich war so am Schwitzen, ne? Ich hab AC aufgehoben. Ja, ja. Ich hab Kapuze. Aufstieg, ich war so am Schwitzen. Ich... Das gibt's nicht. Wie hat denn scheiß Helia geiert? Boah. Ich will jetzt grad mit Facecam aufnehmen. Ich glaub, die Facecam wär voll geschwitzt gewesen. Ja, so... So benebelt wär die, Mann. Du richtig Schwitzer-Style. Äh, es lag, kann's sein. Äh, ich sterb irgendwie die ganze Zeit richtig dumm, Mann. Aber... Nicht, weil die Gegner zu gut sind, sondern weil ich einfach scheiß zu spiel. Die sind auch echt nicht gut, mir ist zu ihm. Naja. Komm, noch ein halbisches Gefühl. Naja. Oh, Granade. Die Head-Clitchen alle da. Ach komm, ich nehm jetzt auch mal... Ich glaub ich nehm die ACR, weil irgendwie... Oh mein Gott. Oh mein Gott. War's nur ein Doppel? Da waren vier Leute. Hä? War's denn nur ein Doppel? Weil er hat mir eben ne Nachricht geschrieben. Nice Hack. Nachricht geschrieben. Hast du wieder Spezi? Eins vor. Alter, es kann echt krasses Live-Komentail werden bei dir. Ich mach alles mit der ACR, obwohl ich P90 spielen wollte, aber... P90 ist Fehler grad gegen die Gegner, weil... Du musst sie aus Long Range wegholen. Weil die spawnen grad so gut. Ich kill sie trotzdem nicht. Hätt ich Hardliner Pro, man. Ich sterb aber die ganze Zeit irgendwie. Oh, Digga. Zum Glück hatte ich Ballistik-Baste. Ey, nein! Oh, Schildtyp hat mich fast gekillt. Oh mein Gott. Kurz chillen hier in der Ecke. Alter, Digga. Chill mal dein Leben, Alter. Spiel defensiv lieber. Ja. Geht grad irgendwie nicht. Komm. Komm. Welter. Team-Aid blockt mich. Guck, unten links! Oh mein Gott. Ey. Ey, 18er-Streak. Fuck. Sechs. Ey, ich wollte ins Haus rennen, ne? Team-Aid stand in der Tür. Größter Fail auf dem ganzen Planeten, Alter. Das muss man hochladen. Oh mein Gott. Holy shit. Holy shit. Ah, fuck, Alter. Ich leide mit dir. Ich will Pech haben. Digga, du hättest danach noch auf Triple gehen können, aber Problem. Fuck. Ich spiel so scheiße, Mann. Egal, komm, du hast noch locker fünf, sechs Minuten Zeit für den Moab. Ja, aber trotzdem, hartes Page. Ja, ich weiß schon. Oh, komm, hier. Stimmt doch. Spezi. Komm. Fäck dich. Nein! Er sitzt in der Ecke. Danke, wieder Team-Aid. Ey, Digga. Ich muss da jetzt hier mal noch laufen, bitte. Habe ich wieder eine ACR. Mal wieder aufheben. Hattest du sogar ein Gold. Jetzt muss ich eigentlich klappen. Ich kriege irgendwie gar nichts auf die Reihe. Am Anfang hatte ich ein ganz schnelles Streak, aber danach nicht mehr. Er klaut mir alle Kills. Nein, und ich sterbe bei Spätsidem. Das kann es nicht sein, Alter. Das kann es nicht sein, dass ich auf 16 oder 18 oder was auch immer es wirklich war. Dass von der Predator sterbe. Ich kann es immer nicht fassen. Ja, obwohl du blind Überwachung da hattest. Oh, Mann. Hätte ich halt einer Pro, Mann. Würde ich mich viel sicherer aufhören. Ey. Einmal fällt sie sehr, wie eine C4-Tode-Serie. Das ist MW3, meine Freunde. Ja, genau. Lass die Stunt und gilt nicht trotzdem. Ich hoffe, dass die Mohr nimmt, sei egal. Her soll nicht raus. Ey. Mann, das wäre so eine Double geworden. Ich habe einfach C4. Äh, Granate. Ich denke, ich habe C4. Ich lebe hier noch in Backops 2, Alter. Ja, den hier killt auch keiner, oder wie? Macht doch kein Triple Cap, ihr Lappen. Hm. Bei mir wird es wahrscheinlich nichts mehr. Aber hier ist es richtig gut gelaufen, die Runde. Nein. Überhaupt nicht, wenn du mich fragst. Ey, du Wurensohn, was haust du im Moor ab raus? Lass mich nicht mehr da reinrennen, lass mich nicht mehr da reinrennen. Alter, der lebt war noch in Hills, der da lag. Hau dein Moor raus. Wieso? Was gibt es hier? Ja, ich habe auch schon wieder eine 10er-Streak oder so, aber ich schaffe es nicht mehr. Ach, scheiß drauf. Digga, ist voll gut gelaufen bei dir. Ja, aber hättest du den Tod gesehen, Alter. Ja, ich weiß schon. Wenn du mir leidest, dann schreibt es in die Kommentare. Oder schreibt irgendwie. Aber ich bin jetzt auch wieder kurz vor Moor ab, aber das Spiel ist gleich aus. In 3, 2, 1. Alter, 72 Kills, Digga. Nice. So, nicht schlecht. Auf jeden Fall, bewerten und kommentieren nicht vergessen und ja, guckt bei Anton noch vorbei, wenn ihr es noch getan habt. Okay, danke. Haut rein. Und dann bitte ein Mal. Phi. Gonna be right back. Vielen Dank.